Sind Sie es leid, verspannt und schmerzhaft zu sein? Haben Sie das Gefühl, dass Ihre Muskeln ständig unter Spannung stehen und Sie sich nicht entspannen können? Schmerzen und Verspannungen können den Alltag erheblich beeinträchtigen und die Lebensqualität mindern. Sehnen Sie sich nach einem natürlichen Weg, um sich schnell besser zu fühlen? Möchten Sie eine Methode finden, die Ihnen hilft, sich zu entspannen und Ihre Schmerzen zu lindern, ohne auf Medikamente zurückgreifen zu müssen? Die Natur bietet uns viele Möglichkeiten, um Wohlbefinden zu erlangen. Viele Menschen entdecken eine starke Kombination zur Schmerzlinderung Rizinusöl und Bittersalz. Diese beiden natürlichen Heilmittel haben sich als äußerst effektiv erwiesen, um Schmerzen zu lindern und die Muskeln zu entspannen. Rizinusöl ist bekannt für seine entzündungshemmenden Eigenschaften, während Bittersalz hilft, Muskelverspannungen zu lösen. Dieses dynamische Duo kann Ihnen helfen, sich in kürzester Zeit besser zu fühlen. Ein warmes Bad mit Bittersalz und eine Massage mit Rizinusöl können Wunder wirken. Gönnen Sie sich diese einfache, aber wirkungsvolle Behandlung und erleben Sie, wie sich Ihre Schmerzen und Verspannungen auflösen. Probieren Sie es aus und fühlen Sie sich wieder wohl in Ihrer Haut. Rizinusöl und Bittersalz sind natürliche Heilmittel, die seit Jahrhunderten verwendet werden. Sie bieten eine sichere und effektive Möglichkeit, häufige Gesundheitsprobleme anzugehen. Bei gemeinsamer Anwendung verstärken sich ihre Vorteile, sorgen für wohltuende Linderung und fördern das allgemeine Wohlbefinden. Muskelschmerzen und Entzündungen sind häufige Probleme. Ob durch Sport, Stress oder einfach nur durch das Altern, diese Probleme können Ihr tägliches Leben beeinträchtigen. Die Suche nach sicheren und wirksamen Lösungen zur Schmerzlinderung ist entscheidend für einen aktiven und erfüllten Lebensstil. Die heilende Berührung der Natur. Bittersalz, reich an Magnesium, wirkt Wunder bei Muskelschmerzen. Magnesium hilft, die Muskeln zu entspannen und Entzündungen zu reduzieren. Rizinusöl verstärkt mit seinen entzündungshemmenden Eigenschaften diese Effekte. Es hilft auch bei der Entgiftung und fördert so die Heilung. Der Beweis liegt im Pudding. Dies ist ein altes Sprichwort, das bedeutet, dass die Wahrheit oder der Wert einer Sache in ihrer tatsächlichen Anwendung oder Erfahrung liegt. Studien zeigen, dass sowohl Rizinusöl als auch Bittersalz Schmerzen und Entzündungen wirksam reduzieren. Diese Studien wurden in verschiedenen wissenschaftlichen Einrichtungen durchgeführt und haben beeindruckende Ergebnisse geliefert. Forscher haben festgestellt, dass die Anwendung dieser natürlichen Heilmittel zu einer signifikanten Verringerung von Entzündungen und Schmerzen führt. Menschen, die dieses Mittel anwenden, berichten von erheblichen Verbesserungen bei Muskelkater, Gelenkschmerzen und allgemeinem Wohlbefinden. Viele Anwender haben positive Erfahrungen gemacht und berichten von einer verbesserten Beweglichkeit und einer deutlichen Reduktion von Entzündungen. Vorher-Nachher-Bilder zeigen beeindruckende Ergebnisse, insbesondere bei der Reduzierung von Schwellungen und Schmerzen in den Gelenken. Diese natürlichen Lösungen bieten eine wirksame Alternative zu rezeptfreien Schmerzmitteln. Viele Menschen entscheiden sich für diese natürlichen Heilmittel, da sie weniger Nebenwirkungen haben und oft genauso wirksam sind wie herkömmliche Medikamente. Die Wahl natürlicher Heilmittel kann eine gesunde und nachhaltige Option für die Schmerzbehandlung sein. Ihr Körper wird es Ihnen danken. In unserer hektischen Welt ist es wichtig, sich Zeit für sich selbst zu nehmen und auf die Signale des Körpers zu hören. Entspannung und Selbstfürsorge sind keine Luxusgüter, sondern Notwendigkeiten für ein gesundes Leben. Die Anwendung von Rizinusöl und Bittersalz ist einfach. Diese natürlichen Heilmittel sind seit Jahrhunderten bekannt und geschätzt. Sie bieten eine Vielzahl von gesundheitlichen Vorteilen, die sowohl den Körper als auch den Geist beruhigen können. Geben Sie einfach zwei Tassen Bittersalz und eine halbe Tasse Rizinusöl in ein warmes Bad. Bittersalz, auch bekannt als Magnesiumsulfat, hilft Muskelverspannungen zu lösen und den Körper zu entgiften. Rizinusöl hat entzündungshemmende Eigenschaften und kann die Haut weich und geschmeidig machen. Weichen Sie mindestens 20 Minuten lang ein, damit Ihr Körper das Magnesium aufnehmen und die wohltuende Wirkung erfahren kann. Während dieser Zeit können Sie sich entspannen, tief durchatmen und den Stress des Alltags loslassen. Ein warmes Bad kann Wunder für Ihre Stimmung und Ihr Wohlbefinden bewirken. Sie können Rizinusöl auch direkt auf schmerzende Muskeln auftragen und es sanft in die Haut einmassieren. Diese Methode ist besonders effektiv nach einem langen Tag oder intensiven Training. Die Massage hilft, die Durchblutung zu fördern und die Muskeln zu entspannen. Ihr Körper wird es Ihnen danken, wenn Sie sich regelmäßig diese kleinen Auszeiten gönnen. Bereit, sich besser zu fühlen. Lassen Sie nicht zu, dass Schmerzen Ihr Leben bestimmen. Probieren Sie dieses natürliche Heilmittel aus und erleben Sie die unglaubliche Wirkung von Rizinusöl und Bittersalz. Ihr Körper wird es Ihnen danken.